Eine chronische Virusinfektion, die übertragbar ist, da ist es kein Wunder, dass wir heute Abend auch einen Mediziner eingeladen haben. Dr. Thomas Bunk, seit 2004 Internist in der Praxis im Infektionsmedizinischen Zentrum Hamburg, ich, und davor zehn Jahre als Internist auf der legendären MRC10 auf der Infektionsstation im UKE. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Meine erste Erinnerung an die Behandlung von HIV mit Medikamenten geht zurück auf den Film Fickende Fische, der 2002 bei der Berlinale Preise gewonnen hat. Die Regisseurin Alkut Ghetto porträtiert einen 16-jährigen HIV-positiven Jan und im Vorspann des Films sind nur dessen Hände zu sehen, die auf dem Küchentisch seine morgendliche Rationen und Tabletten sortieren. Und es waren so viele, dass er einen Fisch daraus bauen konnte. Das ist heute anders. Inzwischen redet man davon, eine Spritze zu geben, alle vier Wochen oder ein paar, zwölf Wochen. Aber das wäre die Therapie von morgen. Heute geht es um diese einen Tabletten-Regime. Zumindest darum, einmal am Tag eine Tabletten zu schieben. Je nachdem, wie lange man schon positiv ist oder was man schon für Therapien hatte, werden es dann aber doch wieder ein bisschen mehr Tabletten. Also Patienten, die jetzt neu diagnostiziert werden, jetzt anfangen mit der Therapie. Da gibt es relativ gute Möglichkeiten, wenn Sie es wünschen, diese einen Tabletten nur auf ihn zu geben. Für manche ist es gar nicht wichtig. Sie sagen, die Verträglichkeit ist viel wichtiger als die Anzahl. Und wenn man aber schon viele Therapien hatte, schon eben 20 Jahre positiv ist und Medikamente nimmt, schon ein paar nicht so tolle Therapien hatte, die auch mal versagten, Resistenzen entwickelte, da ist es dann schwierig, dieses Ein-Tabletten-Regime zu geben. Aber auch die denken, es ist wichtiger, dass es überhaupt wirkt und dass es auch unvertretlich ist. Aber es ist einfach an der Stelle. In den Anfängen ging es um das medizinisch gesehen, um das pure Überleben. In der Zwischenzeit hat der medizinische Fortschritt gebracht, dass wir davon ausgehen, HIV ist eine chronische Infektion, mit der Menschen alt werden können. Was bedeutet der medizinische Fortschritt konkret für die Menschen? Fange ich mal so von meiner Sichtweise an. Vor 20 Jahren, also es ist zufällig ja auch die gleiche Zahl, 20 Jahre Aids-Sorge und 20 Jahre bin ich Arzt im HIV-Bereich. Und vor 20 Jahren haben wir uns ganz viele Gedanken gemacht und Köpfe zerbrochen darüber, das Leben der Patienten zu retten, was auf den Gefahr war und was leider auch manchmal nicht geklappt hat. Und es ging also um die Gesundheit, es ging um das Überleben und auch so weit wie möglich um das Gesundleben. Und viele sind auch gar bewusst tätig gewesen in der Zeit. Da haben sich dann auch vielleicht auch für die letzte Zeit einen besonderen Wunsch erfüllt. Und ich weiß noch, ein Patient hat mit der Diagnose seiner HIV-Infektion seinen langweiligen Bürojob aufgegeben und hat sich seinen Wunsch erfüllt und ist Zauberer geborgen. Und sogar ein guter Zauberer. Ich habe ihn dann mal erlebt, wie er dann gezaubert hat. Er sagte, diese Traute hätte er gar nicht gehabt, wenn er nicht HIV-A-Positiv geworden wäre. Und genau, das war damals so. Heute ist es so, dass man mit der HIV-Infektion besser leben kann, was das umgepzynische angeht, weil die HIV-Infektion besser behandelbar geworden ist. Aber es gibt viele soziale Probleme, es gibt viel Stigmatisierung, es gibt viel Ängste um den Arbeitsplatz. Oder auch die Frage, die vorhin schon gestellt wurde, wem erzähle ich von meiner HIV-Infektion? Und wenn ich das anderen erzähle, was passiert dann? Wie kann ich dann weiter mein Leben leben? Und es ist heutzutage ein großes soziales Problem. Und das Problem ist noch sehr, sehr groß. Das klingt so, als seien auch bei dir in der Praxis die Themen von der reinen medizinischen Versorgung verlagert in die Alltagsbewältigung. Richtig, es geht viel um dieses Thema, wie gehe ich am Arbeitsplatz mit meiner HIV-Infektion? Oder es ist irgendwie doch passiert, dass meine HIV-Infektion ein Thema wurde. Und jetzt bin ich meine Arbeitgeber rausschmeißen. Wie reagiere ich darauf? Wie gehe ich damit um? Das heißt, es geht auch viel um diese Themen des Lebens mit der HIV-Infektion. Also ich bin heute, würde ich sagen, noch mehr Sozialarbeiter als Arzt. Als ich das noch vor 20 Jahren war, vor 20 Jahren, habe ich mich eben mehr um diese medizinischen Belange gekommen, die ja auch nicht so perfekt händelbar waren. Ich möchte noch einmal bei den medizinischen Belangen bleiben. Die Medikamente bewerten nachweisbar, wie wir sind bei einer Blutkontrolle. Welche Veränderungen hat das auf das Verhalten der Menschen? Das Gute ist ja, dass wir dem Patienten sagen können, durch die Therapie, die sie bekommen, diesen Einsatz, täglich Tabletten zu schlucken, auch vielleicht unerwünschte Wirkungen zu ertragen. Das Ergebnis ist aber auch, dass das Virus nicht benachweisbar ist. Inzwischen ist die Nachweisung, die Grenzen, mit der wir arbeiten, 20 Viren pro Milliliter. Was eigentlich auch Quatsch ist, dass wir so eine tiefe Grenze gewählt haben. Das hat unser Labor so sich ausgesucht. Es würde eigentlich auch reichen, um 50 schon zu sprechen, was das sogar einfacher wäre. So kann ich dann immer sagen, oder muss ich sagen, es ist ein paar Viren nachweisbar, weil sie 27, aber das spielt keine Rolle. Es ist so gut wie nicht nachweisbar, aber besser wird ja klingen, wir hätten einen Test mit 50 und dann wären 27 auch nicht nachweisbar. Und das bedeutet dann eben auch, dass keine Infektiosität mehr da ist. Und das ist natürlich auch etwas sehr Wichtiges, dass man weiß, man hat eine Therapie, das Virus ist unter Kontrolle und man kann andere Menschen nicht anstecken. Und das hat natürlich auch Konsequenzen. Das kam mit dem E-Kaff-Papier vor 4-5 Jahren aus der Schweiz, was der Pietro Vergnazza mit viel Engagement auch vorgetragen hat und da sehr isoliert war am Anfang, wo er eben auch nochmal sagte, Menschen unter einer HIV-Therapie, die gut wirken, also wir wirklich nachweisbar haben, ohne weiterer Erkrankung gelten als nichtinfektiös. Was das dann genau heißt, wird eben immer noch ein bisschen unterschiedlich gesehen von uns Ärzten, von der Community und es ist gut, dass wir uns darüber auch unterhalten können, auch mal unterschreiben. Aber wichtig ist eben, die Infektiosität ist so gering, dass man immer wieder auch ein Spiegel bestätigt, dass eine Infektion eines positiven, eines negativen Partners nicht möglich ist, wenn er unter Therapie steht und sie gut wirkt und eben auch regelmäßig einwirkt. Da interessiert mich jetzt, weil es mich immer wieder völlig fassungslos macht, wie der Umgang im Alltag ist auch unter Kollegen. Ich habe einen Freund, der ist HIV-positiv seit vier Jahren und musste gerade eine Zahnimplantation machen lassen. Der ist von zwei kieferchirurgischen Praxen abgewiesen worden mit der Begründung, wir umreden niemand, der HIV-positiv ist. Wie denn das? Naja, da sind die Kollegen leider schlecht informiert und das ist der Normalfall, fürchte ich bei manchen Gruppen von uns Kollegen. Also sagen wir mal so, ich kenne mich ja auch jetzt in der Kategorie nicht mehr so gut aus. Ich bin jetzt zehn Jahre aus der Klinik raus und würde auch sagen, dass ich die neuesten Betonen in der Kategorie auch nicht mehr kenne. Würde aber mich natürlich auch nicht so erheifern und irgendwie dagegen reden, wenn irgendwas erzählt wird, was ich nicht so gut kenne. Im HIV-Bereich ist es immer ein bisschen anders. Aber hier sind Leute, die sie gar nicht kennen. Das ist auch entstanden wie vor 20 Jahren und zum Beispiel kenne ich es auch, wenn ich Überweisungen schreibe. Ich schreibe prinzipiell nie die HIV-Infektion auf Überweisungen drauf. Man weiß ja nie, wo der Zettel landet und da es eben eine Stigmatisierung gibt, würde ich dem Patienten die Möglichkeit geben, diese Information auch für sich zu behalten beziehungsweise frei zu wählen, wem er sie gibt. Und natürlich kann ich ihm sagen und sage ich auch, wählen Sie sich einen Zahnarzt, wählen Sie sich einen Orthopäden, dem Sie auch von Ihrer HIV-Infektion erzählen verpflichtend sind Sie aber nicht, das zu erzählen. Und ich habe schon von Orthopäden böse Anrufe bekommen, die mich beschimpft haben, weil auf dem Beweisungszettel eben die HIV-Infektion nicht drauf stand und sie mir vorgeworfen haben, dass ich Ihnen damit etwas angetan habe, Sie eine Gefahr ausgesetzt haben. Klar kann ich dann zynisch darauf antworten und sagen, ich weiß nicht, was Sie mit diesem Patienten vorhaben, aber wenn Sie mit ihm keinen Sex haben wollen, dann werden Sie sich auch nicht interessieren mit HIV. Aber dieses Thema ist dann so ernst, dass ich mir diesen Witz im Landtag greife und eben aber nochmal sage, dass er keine Gefahr eingeht, wenn er diesen Patienten behandelt und dass eben HIV bei seiner Behandlung nicht über den Tragmann ist. Und beim Zahnarzt, wenn ich es noch kurz dazu sagen darf, ist natürlich nochmal ganz wichtig, dass egal, ob man eine HIV-Infektion, also ein Patient mit einer HIV-Infektion oder einer Hepatitis B oder C oder auch irgendeiner anderen Erkrankung behandelt, von der man weiß oder auch nicht weiß, man muss natürlich immer sich schützen als Zahnarzt. Also wenn man ganz tolle Augen hat und nicht wie wir beide eine Brille tragen muss, dann muss man bei einer Art und Weise mal eine Brille tragen, wenn da eben auch nur mal Glasscheiben drin sind, um seine Augen zu schützen. Und insofern ist diese Frage, sind Sie positiv oder darauf wehrzulegen, ist unsinnig. Sinnig ist, dass er sich schützt und da braucht er nicht zu wissen, ob die andere Person positiv ist oder nicht. Und es gibt ja auch Menschen, die gar nicht von ihrer Infektionserkrankung wissen. Und geht er dann anders mit diesen Patienten um zu den Fragen? Das heißt also, stellt sich dann die Frage der Kompetenz, die er gerade abstreitet, wenn er so eine Frage stellt oder nicht so verhält. Und Thomas, was ist denn deine Prognose? Wie lange muss ich denn noch warten, bis sich das Raum spricht? Das hängt ja davon ab, wie gut wir informieren. Und es gibt immer wieder so Wellen, wo wir auch gefragt werden, Vorträge zu halten, auch von Zahnärzten. Das habe ich auch schon getan, eine Zeit lang häufiger und dann hat man wieder ein paar Jahre gar nicht. Aber es gibt so Wellen, wo auch dort Interesse ist. Und wichtig ist eben auch, dass die Patienten sich beschweren. Also dafür haben wir die Ärztekammer, die natürlich, klar, manchmal auch sehr inaktiv, dass sie nicht so viel macht. Aber je mehr Patienten sich beschweren über solche Kollegen, desto aktiver muss sie auch werden. Und auch wenn es nicht so in die Öffentlichkeit geht, hinter den Türen wird auch ganz schön geschimpft und bekommen auch dieser Pflege Druck, dass sie ihr Verhalten ändern müssen. Und vielleicht muss man, weiß nicht, ähnlich wie beim Autofahren, wo man ja auch eine Schulung machen muss, wenn man sich nicht gut verhält auf der Straße, müsste man vielleicht den Zahnärzten schon unterreden, aber so eine Schulung verordnet, wo sie aufgeklärt werden, zu HIV und die neuesten Therapien. Aber das ist natürlich auch wieder ein Wort, nicht ganz ganz gemeint. Es wäre ja vielleicht eine Idee, mal einen Brief in die Ärztekammer zu schreiben. Mit meiner vorerstletzten Frage möchte ich jetzt nochmal auf die Eingangsbemerkung von dir zurückkommen. Die M-Spritze alle drei Monate hört sich gut an. Sag doch da mal bitte noch was dazu. Genau. Manchmal sind so diese 16 Tabletten am Anfang, ja auch nicht einmal oder zweimal, sondern meistens auch dreimal am Tag. Und die einen nüchtern, die anderen mit Mahlzeit und die nächsten dann nur nachts. Und da gibt es sehr unterschiedliche, komplizierte Verfahren, die es damals gab. Inzwischen haben wir fünf Klassen Medikamenten. Also ich muss sie jetzt nicht aufzählen. Ich könnte es. Genau. Und es gibt eben auch eine große, große Anzahl von Tabletten, die auch wieder unterschiedlich kombiniert werden. Das heißt, es ist sehr komplex geworden. Für jemanden, der das täglich macht, ist es überschaubar, nicht so schwierig. Aber wenn man da neu einsteigt, dann ist es sehr komplex. Jetzt wollte man es immer einfacher machen. Und jetzt geht man eben darum, man sagt, naja, das Virus können wir ja gut unterdrücken. Und jetzt geht es ja darum, nicht für das Virus zu unterdrücken, sondern auch den Menschen dabei zu schulen. Also den Druck aufzubauen, der notwendig ist, aber den Druck zu vermeiden, der zu viel wäre. Das heißt, Deeskalation ist das Stichwort. Und mein Begriff dabei ist eine Zwei-Phasen-Therapie, denke ich, wird kommen. Das heißt, am Anfang, wenn die Viruslast hoch ist, gehen wir noch ein bisschen mit mehr Druck ran, die Viruslast runterzudrücken. Und dann gibt es eben nach dieser Einleitungsphase die Erhaltungsphase. Und da geht es dann eben darum, dass man Weicher therapieren kann. Das heißt, Klassen spart, gerade die Klassen, die mehr Probleme machen, unter Aserhemmer oder auch die Mutes, die MRTIs, sodass man dann möglicherweise, wie bei dieser Spitze, jetzt komme ich darauf, dass man da eben ein Integrasehemmer, gerade das ist Vision hergestellt, dass man den gibt und den kombiniert mit einem NMRTI, das sind wir Ihnen, und die beiden reichen wohl für die Erhaltung. Und damit hat man PIs oder auch Jux gespart und könnte entsprechend eben das Virus unterdrückt halten. Aber trotzdem im Organismus ist aber schon, dass man kein Osteoporose-Visiko hat, dass man nichts ist, dass Herzerkrämmerungen entstehen oder dass man eine Fettumverteilung hat, dass das Fett im Gesicht weggeht und im Bauch zu sehr anstreicht. Das heißt, man blut noch mehr, die Toxizität auch zu minimieren, weil man weiß, dass Virus können wir ganz unterdrückt halten. Und das wird die nächsten Jahre noch mehr ankommen. Und diese Spitze, die wird es, wenn alles gut läuft, in drei, vier Jahren geben. Das ist eine Prognose. Ganz herzlichen Dank, Dr. Thomas Buch. Wir werden alles drin.